Hey Leute, das ist ganz höherem Willkommen bei WTN Germany. US-Schauspielerin Liz Sheridan ist tot. Sie wirkte in Broadway-Musicals, Film- und Fernsehproduktionen mit, war mit James Dean liiert und schrieb darüber ein Buch. Nun ist Liz Sheridan kurz nach ihrem 93. Geburtstag gestorben. Die US-amerikanische Schauspielerin Liz Sheridan, die durch TV-Rollen in den Sitcoms Seinfeld und ALF bekannt wurde, ist tot. Nach Angaben ihrer Managerin Amanda Hendon starb sie am Freitag in ihrem Haus in New York, fünf Tage nach ihrem 93. Geburtstag, wie der Sender CNN und das Branchenblatt Hollywood Reporter berichten. Ihre Karriere hatte sie als Tänzerin in New York begonnen. 1951 lernte sie dort den damals noch unbekannten Schauspieler James Dean kennen. Über ihre Liebesgeschichte schrieb sie in dem Buch Dizzi und Jimmy, My Life with James Dean, A Love Story, 2000. Sie endete, als Dean nach Hollywood ging. Sheridan wirkte in Broadway-Musicals und ab den 80er Jahren in Film- und Fernsehproduktionen mit. In der außerirdischen Serie ALF spielte sie eine neugierige Nachbarin, in der Sitcom Seinfeld, die besorgte Mutter des Komikers Jerry Seinfeld.